Ganz herzlich willkommen zu Schröders Nebenwerte-Watchlist. Auf vier dieser Nebenwerte blicken wir jetzt zusammen mit Michael Schröder. Schön, dass du da bist. Grüß dich, Marco. Wir gehen auch gleich in Medias Res, starten gleich mit dem ersten Nebenwert Medios. Da wird endlich eine langersehnte Übernahme getätigt. Aus den Niederlanden übernimmt man ein Unternehmen und es hat sich schon lange abgezeichnet, aber da hat sich wenig getan. Aber jetzt ist es endlich in trockenen Tüchern. Was sagst du dazu? Ja, der Vorstand hat halt immer angekündigt, dass man eben auch anorganisch wachsen will, internationaler werden will dabei. Jetzt hat man Siebmann Pharmaceuticals in den Niederlanden übernommen. Und wenn man das auf den ersten Blick sich so anschaut, passt das Unternehmen halt auch wunderbar zu Medios. Und man erwartet jetzt hier Cross-Selling-Potenziale, Synergie-Effekte im Einkauf. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum die Aktie gestern mit der Veröffentlichung über 20 Prozent angestiegen ist. Man sieht es hier schön in den Dreijahres-Chart. Klar, der eine oder andere können wir vielleicht gleich loswerden. Wir haben gesagt, wir haben über dieses Thema vor anderthalb Jahren auch schon thematisiert und die positiven Aussichten dargestellt. Ja, aber der Deal kam nicht und man sieht, was passiert ist. Die Aktie ist in einen Abwärtstrend und jetzt die letzten Monate seitwärts gelaufen. Aber jetzt, wie gesagt, das Comeback. Und was wollte ich jetzt sagen? Ich wollte auf die EBTA-Marge zu sprechen kommen, die ja auch bei Medios traditionell recht überschaubar war. Die bereinigte EBTA-Marge letztes Jahr 3,5 Prozent. Aber durch die Übernahme, eben weil die Niederländer eine recht hohe Marge haben und eben jetzt auch die Synergieeffekte zum Tragen kommen, gibt es die Prognose für 4,3 Prozent bereinigte EBTA-Marge fürs laufende Jahr. Nächstes Jahr, die mittelfristigen Ziele werden vermutlich im nächsten Jahr erreicht, sprich eine Marge von über 5 Prozent. Und das bedeutet am Ende, dass jetzt nicht nur die Cashflows sprudeln, sondern dass eben auch unterm Strich ordentlich Feuer im Ofen gemacht wird. Und deswegen der gestrige Kurssprung. Und wir werden das jetzt versuchen, hier weiter im Auge zu behalten. Analysten-Kursziele liegen weiterhin auf dem Niveau zum Jahr 2022. Man muss jetzt halt mal sehen, wie sich das Ganze weiterentwickelt, wie groß das Interesse, vor allem auch bei institutioneller Seite sein wird, die auf diese Story aufmerksam werden. Vielleicht an schwächeren Tagen, wo wir versuchen, einen neuen Fuß in die Tür zu stellen. Und ich glaube kaum, dass Zuschauer die Aktie jetzt über diesen langen Zeitraum noch im Depot liegen haben. Wenn doch, dann kann man sich freuen, weil jetzt das, was wir vor anderthalb Jahren oder vor einem Jahr in Aussicht gestellt haben, erwartet haben, sich jetzt tatsächlich realisiert wurde. Ich gehe mal davon aus, dass die Aktie sich jetzt wirklich hier von diesen Tiefständen im laufenden Jahr und darüber hinaus nachhaltig lösen kann. Dann schauen wir auf Deutz, die in dieser Woche Zahlen vorgelegt haben, für das vergangene Jahr und vor allem auch den Ausblick gegeben haben. Und Letzteres hat ja ein bisschen enttäuscht, die Aktie unter Druck. Waren die Prognosen wirklich so enttäuschend? Ja, ich persönlich fand sie nicht enttäuschend. Das Unternehmen selber, und dann kommen wir gleich noch darauf zu sprechen, gestern auch ein Telefonat mit dem Unternehmen, fand den Ausblick auch nicht enttäuschend, von der Analystenseite auch nicht. Man hat es heute gesehen, Warburg Research ist von 8,70 Euro beim Ziel auf über 10 Euro gegangen, Hauke hat das Ziel von über 10 Euro bestätigt. Aber du hast es gesagt, gestern dann plötzlich Druck auf der Aktie, die in den ersten Stunden im Handel noch über 6 Euro notiert. Man sieht es hier knapp im Bereich 6 Euro. Dann kamen aber, ja, round about 20 Prozent Rücksetzer innerhalb von 20 Minuten d'accord mit dem Ende des Investoren-Calls, der vormittags abgehalten wurde vom Vorstand vor Analysten. Aber auch da habe ich einige Gespräche geführt. Tenor weiß, wurde nichts kommuniziert, was für einen derartigen Kursrückgang verantwortlich sein könnte. Und man sieht es heute auch, wir sehen jetzt der erste Gegenwart, man kann jetzt vermuten, dass dann doch irgendeine größere institutionelle Adresse aufgrund des stagnierenden Umsatzwachstums fürs Laufen hier, was aber eigentlich auch im Vorfeld erwartet wurde, jetzt die Reißleine gezogen hat und dann, wie so oft, sich der eine oder andere mit angeschlossen hat, wenn dann ein weit verbreitetes Phänomen, gerade auch bei Nebenwerten, wenn da mal ein Kaufdruck reinkommt, dass der eine oder andere dann auf Nummer sicher geht und nicht erst den Haken, den möglichen Haken sucht, sondern erst seine Positionen reduziert. Kurzum, auf dem aktuellen Niveau, wenn man die angesprochenen Analystenziele sieht, natürlich überproportionales Kurspotenzial. Wir hatten es in einer der letzten Sendungen auch schon mal angesprochen, durch den Torquedo-Verkauf, also die Münchner Tochter im Bereich E-Motoren, Bootsmotoren, hat man ja nicht nur einen kleinen Buchgewinn, sondern auch die Chance oder die Option, nicht die Option, die Margensteigerung. Durch den Verkauf des Verlustbringers wird die Marge weiter ansteigen. Jetzt fürs Laufen ja die Marge zwischen 5 und 6,5 Prozent gesehen. Das lässt natürlich viel Spielraum in der Mitte, aber immer noch mehr als im Vorjahr. Denn die Aussicht, dass man hier einen nachhaltig steigenden Margentrend hat, bei einer Bewertung mit einem KGV von 7, sollte aus meiner Sicht die Aktie sich jetzt hier in den nächsten Wochentagen stabilisieren und dann auch diese 6-Euro-Marke, man sieht es hier im Chart, hinter sich lassen können. Also Value-Investoren setzen weiter auf diesen Titel und gehen auch weiterhin davon aus, dass die Aktie Richtung Ende des Jahres oder ins nächste Jahr dann auch die 8-Euro-Marke und mehr erreichen kann. Also Newsflow-technisch wird sich bei Deutz auch im laufenden Jahr noch einiges tun, was die Neuaufstellung im grünen Bereich betrifft, Wasserstoffmotoren etc. Also wir bleiben hier weiterhin zuversichtlich, dass diese kleine Aufwärts- oder diese kleine Erholungsbewegung noch nicht das Ende war. Indus, auch die haben Zahlen vorgelegt und die Dividende sogar angehoben. Hast du Details zum Zahlenwerk für uns und was spricht im Moment für die Indus? Die Details zum Zahlenwerk habe ich jetzt vorhin zwar mal quer gelesen, aber was mich bei dem Unternehmen so freut, Beteiligungsunternehmen hat im letzten Jahr, ich sag mal, die Problemkinder aus dem Automotive-Bereich abgestoßen. Das ist in der heutigen Zeit mit Sicherheit nicht der falsche Schritt gewesen. Einige zukunftsorientierte Zukäufe getätigt und sieht alles ganz vielversprechend aus, was halt spannend hier bei dem Thema ist, was du sagst, die Dividende. Wir sind hier wieder im Value-Bereich, in der Dividende 1,20 Euro für das Laufendejahr ist eine Dividendenrendite von über 5 Prozent. Wenn man alles, die abgestoßenen Geschäftsbereiche etc. alles berücksichtigt, haben wir unterm Strich hier, ich glaube, 3,50 Euro, also ein KGV von 7, mit dem Potenzial von nachhaltig steigenden Erlösen. Und man sieht ja auch, die Aktie kann sich langsam nach unten, nach oben absetzen. Also ich sehe den Titel auch eher bei 30 oder mehr fair bewertet, geht da d'accord mit einigen Analysten. Ich habe im Tagesverlauf aber auch noch ein Telefonat mit dem Vorstand. Und dann können wir vielleicht in einer der nächsten Sendungen nochmal ein bisschen detaillierter auf mögliche Zukäufe im laufenden Jahr, die noch kommen oder die jüngsten Zukäufe reden, um das Ganze nochmal ein bisschen zu vertiefen. Aber alles in allem, in einem ersten View, in einem ersten Blick sieht es so aus, als ob wir hier jetzt dann doch den Beginn einer neuen Aufwärtsbewegung haben. Das ist natürlich alles wie immer unter dem Deckmantel der konjunkturellen Entwicklung oder keinen weiteren Rückschlägen im Bereich der Weltkonjunktur, nennen wir es mal so. Dann sprechen wir zu guter Letzt noch über Warta. Du hast ja immer dann mit dabei, wenn es wirklich mal was Neues gibt. Gab es jetzt ein bisschen was? Zum einen wird tatsächlich die Bilanzvorlage verschoben wegen des Hackerangriffs von vor ein paar Wochen. Und zum anderen droht auch der Ausstieg aus dem Erstax? Ja, das ist am Ende eine logische Verknüpfung. Und ja, du hast es gesagt, aufgrund des Hackerangriffs fehlt dem Unternehmen noch ein bisschen die Visibilität. Er hat jetzt gesagt, wir schaffen den Geschäftsbericht nicht. Fristgericht soll auf einen Termin nach dem 30. April verschoben werden. Denn die Regularien der Deutschen Börse sehen eben vor, dass man vier Monate nach Geschäftsjahresende entsprechend den Geschäftsbericht veröffentlichen muss. Eine Fristverlängerung gibt es nicht. Das heißt also, wenn es jetzt einen Termin nach dem April gibt, dann wird Warta Anfang Mai aus dem Estax genommen. Wie es danach dann weitergeht, muss man dann mal sehen. Über die operativen Baustellen, die es abzuarbeiten gibt, haben wir schon des Öfteren gesprochen. Das Fazit hat sich auch nicht verändert. Weiterhin an der Seitenlinie bleiben. In der letzten Woche gab es zwischenzeitlich mal erst mit dem verschobenen Geschäftsbericht natürlich noch mal den Ditch auf ein neues Allzeittief unter 14 Euro. Danach gab es eine kleine Erholung. Ich habe mal gesagt, das hängt ein bisschen damit zusammen, dass, ich glaube, Bärenberg-Wahrz, die diese Thematik auch mit dem möglichen Estax-Abstieg zusammengeschrieben haben. Aber ihr Kursziel, da gab es jetzt natürlich auch noch keinen Grund, das zu verändern. Bei 22 Euro die Empfehlung halten gelassen haben. Und dann wird möglicherweise der eine oder andere mal geschaut haben, 14 und 22. Aber wie gesagt, wir bleiben hier an der Seitenlinie und warten jetzt erst mal die nächsten Zahlen und Details zur operativen Entwicklung ab. Und es gibt noch keinen neuen Termin für die Veröffentlichung? Im Moment auch nicht. Auch die Hauptversammlung wurde erst mal bis auf Weiteres verschoben. Wie gesagt, die Aussage, dass das erst nach dem 30.04. veröffentlicht wird, steht. Und man muss jetzt weiter abwarten, was da veröffentlicht werden kann und wie das vor allem wieder in den operativen Aussichten, ob es Anzeichen einer Erholung gibt etc. Na gut, wir bleiben dabei, am Ball. Dankeschön für heute, für deine Einschätzung und Michael, danke, dass ihr dabei wart. Bis bald.